macht es so gesehen nicht viel sinn aber es würde auch gehen das heißt wir brauchen sand das werden so riesen projekte hier ja ich mache schon mal so heavy stone bricks manchmal ja ich gehe mal gucken was ich so an planeten in meiner umgebung habe ich guck mal das müsste eigentlich hier ist ich sollte vorher noch essen mitnehmen also ich mache jetzt erst mal ganz viele heavy stone bricks das wird so heavy ich hoffe das reicht keine musik wir müssen ein kinderzimmer machen wo wir die ganzen teddybären und so weiter reinstehen oh gott nein hey ich habe hier direkt einen planeten mit du hast hier aber da müsste auch stein sein das sind einfach die planeten auf denen es gar nichts gibt ach ja hier war so ein hitze ding so ein richtig heißer planet da kommen wir ja nicht auf ja da fehlt uns ja was ich meine wir haben ja gerade im moment noch genügend nahrung dann kann ich doch im mager das fällt hier abhernten da dürfte es erst mal keine das fällt ja ja und wenn da können wir schnell was anbauen und tiere töten also oder einkaufen fahren das gibt es ja auch noch also ich baue ich reiß jetzt mal das feld nieder ne ok dann baue es ab verabschieden mich schon klein radioaktiv forever the mute mutated 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 termin also wahrscheinlich verseucht oder sowas hm radiative Sachen also Rüstung haben wir ja ne ja ja genau dann mache ich mich auf den Weg tschüss Mario schade dass ich mich wehre das Flug ist nicht porten kann sag mal braucht ein größeres Schiff eigentlich auch mehr Treibstoff nein also nicht das wüsste meines zu kennt bestand es nicht nicht die Kürze hinterher war auch zu deinem Freund gefunden ich bin jetzt seitdem durch das Kugel an der Decke vorbeigeholt bin das war ein Freund ich bin gleich da ja dann grüte ach ja steht da eher etwas hey banggood mal gucken was wir da unten haben ok ist direkt schon mal Stein Einzige was ein bisschen blöd ist, ist das hier verdammt dunkel ist. Hey, ist gerade auch dunkel. Ja, zugleich ist halt immer die Planeten dunkel sind. Ähm, hab ich noch ein paar Fackeln oder so? Ja doch, da waren noch welche. Alter, hier ist viel Stein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hab schon ganz vergessen wie es hier ähm... Wie der Durasteel aussieht. Ja so Durasteelartig ne. Das war ein High-Quality-Witz. Das ist ne Kohle Scheiße. Das war ein Ding. Das ist ein Ding. Das war ein Ding. Das war ein Ding. warte was geht mit den kreaturen die ab? die gehen aber mega stark sind die gut drauf? jo die hat ein bisschen mehr aus als unsere gewöhnlichen da bin ich direkt schon mal zum anfang rein super super du bist ja fast tot wie viel stein brauchen wir circa? das weiß ich doch nicht das musst du wissen du musst das wissen ja ich bin grad dabei den stein abzubauen für dich für mich? also ich hab schon viel stein, wir brauchen viel stahl auf jeden Fall stein haben wir noch im vorrat was? habe ich gesehen ja wir brauchen vor allem stahl das ist das wichtigste stahl rechte das hier ist noch mehr guck mal stahl mein stahl ist amazing ich hab schon mit 6 mal wir haben doch hier irgendwo ein ei ne? ja da ei geil ich weiß doch nicht mehr wie weit man dafür runter musste Was kann ich aus rohen Tentakel machen, ey? Alter, was ist denn das für eine Riesenechse? So, haben wir Tomaten bei uns? Ja. Egal, ich probiere mal welche mit. Oh, egal, jetzt wird endlich Tag. Hm, ich weiß noch nicht ganz, was man... Alter, es gibt... Du kannst aus Bananen und Bacon einen Banana Con machen. Ein was? Ein Banana Con halt, das ist also einfach Bananen mit Bacon. Lol. Ah, es geht wieder los. Wir müssen echt mal so einen Lol-Counter einführen. Hey, was sind das denn für Blätter? Lol. Blätter. Die würden voll gut in den Garten bei uns passen, wenn wir den bauen. Ich nehme die mit. Oh, wir brauchen Kiwi. Ich könnte das wieder Shakes hier machen, ey. Oh Gott. Oh Gott. Kiwis? Ja. Kriegen wir den Kiwis her? Gibt es doch so Tropenplaneten oder was? Ja, man kriegt doch nicht irgendwo Kiwis her. Ich frage mich eigentlich, was mit dem Planeten ist, die komplett leer sind. Die sind komplett leer, ne? Ja. Wow. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht gekommen. Aber was bieten die? Ja. Ja. Nur Fläche zum Bauen und Material eventuell. Also halt Steine oder sowas. Stimmt. Kann sein, dass sie Steine haben? Ha. Da fragst du mich Sachen. Vielleicht kann ich gleich ein komplettes Baumhaus bauen. Was ist das denn? Ich habe irgendwie eine Zuckerpflanze. Ach, guck mal was hier steht. Deine hässigen Bohnenranken. Die, die zu Unrecht von dir beschuldigt werden, eines Verbrechens. Ach so, gut. Blut. Ist doch schön. Ich wollte schon wieder sagen, nein. Nein. Hanging Flower Lamp. Äh, Lampen? Ja, ne. Hanging Flower Lamp. Also ne hängende Blumenlampe. Sieht aus wie Blüten. Krass. Blueprint. Muss jetzt nehmen. Floral Fountain. Also im Springboden. Cool. Und das Wichtigste? Eine Tag Card. Das Wichtigste jetzt überhaupt sind vor allem, ähm, wie heißen sie? Hier diese Manipulator Module da. Ja. Die Bauernflint. Ja. 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 Nie. Ja. 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 Ich frage mich gerade, wie ich an das ganze Duas-Stil komme, wenn ich nicht mehr weiß, wo es ist. Ja. Oh, was ist das denn? Ah, ne, doch nicht. Ist das Duas-Stil? Super. Super. So, ich habe jetzt mal das ganze Feld abgeerntet, ein bisschen Nahrung draus gemacht und so, ne? Also müsste für eine Weile reichen. Ah, ich bin in eine Höhle gefallen. Super. Super. Nein, das war es auch nicht. Was ist das? Ach, cool. Guck vor. Ja. Habe ich noch ein bisschen von den Leuten? Ja, ja, egal, habe ich noch. Oh, den Fackern habe ich auch noch. Ist das Duas-Stil? Ja. Okay, jetzt weiß ich wieder, wie es aussieht. Du warst ja gerade dabei zu erzählen, dass wir ein paar Projekte haben, ne? Ja. Willst Du sie vielleicht näher erläutern? Habe ich doch gesagt. Wir wollen ausbauen und die Eisenbahnen weiterbauen, damit wir aber ein bisschen höher richten. War da nicht noch mehr? Zum Beispiel auf Gäste bezogen? Nein. 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 Ich kann was anderes erinnern. Das war ein Scherz. Ah, ein Scherz. Ich hatte nicht wirklich Schweine, ein Hotel zu bauen. War das jetzt Sand oder war das Dreck? Ist das Dreck okay. Opa? Tja. Oh. Ah das kommt auch nicht durch, ok? Oh, das ist bei mir. Tja. Das ist bei mir. iriere. Ah, Pixel. Ganz viele Pixel. Ah, das ist mein. Ich glaube sie dir. Und bring mir was mit. Wovon? Von den Pixeln. Welche Pixel? Ich glaube, da ist wieder Ärger im Busch. Was? Ich glaube, ich muss dich mal besuchen. Willst du mir keine Pixel geben? Nee, das lohnt sich nicht. Das entscheide immer noch ich, ob ich dich dafür umbringe oder nicht. Das ist halt immer noch ich. Ähm. Das kann ich so sein. Alter, man findet hier kaum Durastil. Oh. Super. 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 Was hast du denn gemacht? Ich bin gleich tot. Du siehst aber ganz schön lebendig dafür aus. Boah, Alter. So Glück gehabt. Ja, weil ich so viele Verbände gerade auf einmal geschuckt habe, während ich hier runtergefallen bin. Bist du in die Höhle runtergefallen? Ja. Kleiner Schluck Specht. Ich dachte mir so, ich muss... Was? Was? Was ist das denn für die fliegende Maus? Hey. Oh, oh. ne. Was? Wie? Die wurde auch super pomisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017